Oh, das ist sogar die Megasaur, alter. Ich hoffe es doch, ich habe dich jetzt schon dreimal mit dem Spartan besiegt. Ich weiß auch nicht. Wo ist der Sack denn jetzt? Da kommt er um die Hecke, die scheiß Ding, Alter. Hier, saft mich mal, Leute. Wo bist du denn? Pass mal auf, Kollege, ja? Au! Ey, was? Was denn jetzt? Eilig, eilig, eilig. Mitgehen. Was ist das denn jetzt hier? Verpiste doch mal. Junge. Ist noch ein, oder was? Verpiste doch jetzt mal. So. Ich muss zum Deckung gehen, da kommt mir die Kugel an. Dann schnell gehen wir mal den Geräusch. Dann schnell gehen wir mal den Geräusch. Dann schnell gehen wir mal den Geräusch. Ja, Mann, es kommen viel zu viele von diesen Drecksviechern. Merft mich gerade ein bisschen. Was war das denn für ein geschweiges Movement von dir? Er macht ja nichts, ne? Was ist denn die scheiß Kugel? Da kommt sie! Da kommt die Kugel! Putz, putz, putz. Deinen Rücken soll ich beschießen. Einer weniger. Feuer auf den Wärter. Ihre Kampfkünste sind beeindruckend. Bald wird der Wärter besiegt sein. Oder zumindest diese Körper. Der Wärter selbst? Oh, achten Sie nicht auf mich. Sie schlagen sich sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber meine Taktik besteht eigentlich nur darin, hinter einer Ecke zu hocken und einerseits auf ihn drauf zu ballern. Da ist nicht viel Taktik dahinter. Also... Aber anscheinend interessant. What the fuck? Noch Unterstützung. Keine Sorge noch. Mach dich. Danke. Der Scheißvieh kann man nicht assassinieren. Du dumme Sau. Junge. Okay. Ich hab ne Schotty. Jetzt geht's. Wo ist denn jetzt der ewige Wärter hin? Wo ist denn jetzt der ewige Wärter hin? Jetzt haben wir natürlich wieder die Quali der Wahl, ne? Mit den ganzen Waffen hier, Alter. Da ist der ewige Wärter! Morgen! Wo ist denn? Na? Läuft bei dir, wa? Dude! Wir können drüber reden. Aber wie mache ich ihm gerade keinen Schaden? Aber! Ist er weg? Wie? Er ist kein Roboter? Tomo Arigato Mr. Roboto Natürlich find ich hier ne Sniper! Natürlich! Fick dich und dich! Fick dich! Fick dich und dich fick auch! Ihr könnt mich mal! Ich mach Urlaub! So! Tschüss! Wo ist denn hin? Hier muss ich hin! Da ist die überhaupt! Exuberant? Was? Exuberant! Okay! Ich bin drin! Ihr bleibt draußen! Ich mach Urlaub mit dieser... Seinen hübschen Kugel hier! Ja, was war ich denn jetzt hier? Ich geh einfach mal gerade rüber raus! Ah! Okay! Sehr schön! Chief! Bitte! Halt! Cortana! Ist gefährlich! Ich weiß! Sie müssen das nicht allein machen! Wir können Ihnen helfen! Oh! Was ist da los, Digga? Dafür ist es längst zu schlafen! Oh! Aufs Maul! Notana! Nein! Was? Oh nein! Sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen! Das wird der Werte nicht länger dulden! Wo sind die jetzt hin? Wo bin ich hin? Was soll das? Wo kommt dieser Blitz her? Warum liegt der Stroh auf dem Boden? Mission 13 abgeschlossen! Was sind wir hier? Cortana! Was ist das? Cortana! Antwort! Okay! Antwort! Und wieder wurde der Werte besiegt! Der kapiert es einfach nur! Tut mir leid! Ich wusste nicht, dass er hier eindringt hat! Genug der Spielchen! Du hast die Wächter hergebracht! Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden! Ich habe das gleiche! Okay! Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden! Ich habe noch viel zu tun, John! Komm zu mir! Schnell! What the fuck, Cortana? Was bist du für eine Psychotanze geworden? Die Menschheit gibt ihre Freiheit zum Schutz gerne her! Das heißt, du musst den Menschen Angst machen, damit sie dir voll und blind vertrauen und du sie in Anführungszeichen beschützen kannst. Dann kommt man das damit vor? Entweder will ich sie mit Angst verbreiten, damit sie sich beschützen lässt, oder sie will alle dazu zwingen. Aber ich finde das ein bisschen... Normalerweise müsste Cortana eigentlich schon längst tot sein, weil sie dem Wahnsinn... äh... äh... unterlegen sein müsste. Aber wahrscheinlich durch die Bibliothekarin im vierten Teil... hat sie ein bisschen länger leben können und... äh... ich versuche auch nur irgendwo den Sinn darin zu finden... äh... 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 ich hätte mir zwischendurch das Buch zu Halo 4 und 5 holen müssen, dann hätte ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen, äh... äh... geben können. Der fällt noch ein bisschen interessanter gewesen. Es ist ja ziemlich easy, was wir uns jetzt hier... durch... ballern hier... wo man bedenkt, dass das hier heldenhaft ist, ne? äh... zweit höchste Schwierigkeitsgrad. Ein Springer! Hoppala! Und ähm... ich gehe hier durch wie Butter. Okay, der hat einen scheiß Bassi dabei. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. der hat gesessen... ich finde es cool, dass hier die Stimme von... ähm... äh... dann... ähm... äh... was habe ich noch? Da ist noch einer. Wie heißt er denn jetzt? Äh... ich habe es gleich. Kommt nächstes Jahr wieder, dann kann ich euch sagen. Nicht Will Smith. Die deutsche Synchro-Stimme von... der bei Fass und Fürs mitgemacht hat. Verlagt nochmal! Da! Äh... ähm... 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 Ich komme auf den scheißen Namen jetzt gerade nicht. Glaubst du es denn? Na ja, fällt mir wieder ein. Winn Diesel! Glaubst du es denn? So! Deutsche Synchro-Stimme von Winn Diesel, der reinkommen ist. Der hätte ich mir auch als Gebiet dann auch genommen, alter. Der hätte ich sowas mal als Gebieter genommen. Das wäre so cool gewesen. Ich meine, wie cool wär das denn gewesen, alter. Ich meine, wie cool wär das denn gewesen, alter. Und wenn diese deutsche Synchro-Stimme als Gebieter... Was aber auch daran liegt, dass es hier mehrere Springer sind. Sag mal, was willst du denn nachschlucken, ey? Hat deine Mutter gelernt, oder was? Hast du bei der Arbeit zu Besuch, oder wie? Takt auf nem Tür! Ein Puff, oder was? Was geht da los hier? Verrägt aber auch nen netter Sack. Geht doch! Fick dich doch jetzt mal! 1000 Kugeln gekostet. Pass auf, wo ich hinschieße! Pass auf, wo ich hinschieße! Ich helfe dich! So! Mit Ruhe hier! Und rein! Ich sehe nur einen Ausweg, Chief! Welchen denn? Sprich dich aus! Leid nicht! Pick dich! Gut gemacht, John! Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt! Was? Und nun? Und nun? Und nun? Alles mühe des Räse! Es tut so gut, dich mehr zu sehen! Was zum... Euch alle zu sehen... Euch alle? Du kennst ja noch nicht... Wieso? Als Familie, ja... Psychologische Attacke. Nicht mit Namen anstreichen, wird es sein. Was sollte ich denn tun? Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriegst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl. Natürlich weiß Katana die genaue Zahl der Verstorbenen. Ey, Katana ist voll psycho geworden. Stimmt nicht mit dir. Wie echte Männer. Okay, wir haben da ein paar Schottis da. Du Arsch! Natürlich, weil das kein Frieden ist. Das ist Angst, dass ich ihn verbreiten will, du Lapin. Bitte schön, schöner Affenemuth. Ich bin ein Schottis. Wir haben hier ein Schottis. Ich bin nur Halkarien aus dem Moment. Ich bin nur mit einer Beratung schuldig aus der West. Willst du Reue empfinden? Wer für noch Ansatzweiter versteht, welch geschenkt du Haus verschwärts? Ja? Vielen Dank.